Herzlich Willkommen zurück, meine lieben Drachlinge. Wir sind hier in den Tordesgräben. Im letzten Part haben wir ja standen wir hier, äh, wir sind hier reingegangen und dann kam, haben wir hier unten, äh, den Graben, ganz viel dunkle Brot gesehen. Und dann plötzlich kam der Erzdemon angeflogen, kam hier rauf, hat ein paar mal Feuer gespuckt. Und ist dann weitergeflogen. Ja, dann sind wir hier runter und haben ein paar Zwergenkrieger von der Legion der Toten getroffen. Die Legion der Toten sind eine Armee von Zwergenkriegern, die hier in den Tordesgräben dafür sorgt, dass die Dunkelbrot nicht an die Oberfläche kommt. Ja, denen haben wir halt geholfen, hier über die Brücke zu kommen, da kamen zwei, drei Wellen. Und hinten waren noch ein paar von der dunklen Brot, sind wir hier rein und haben dann auch hier ein bisschen dunkle Brot, oder dunkle Brot, dunkle Brot glatt gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was hier sonst noch in den Tordesgräben, so. Auf uns wartet. Ja, wir gehen da hier unten durch die Tür, würde ich sagen. Nichts weiter. Oh Gott. Obwohl, da ist auch was. Auch ein kleiner Raum, glaube ich, nur, oder? Ein kleiner Raum mit fünf. Weg bleiben. Woher ist das gekommen? Ich hätte gerne eine Trophäe. Wenn das so ist, du kröner Affe, warte mal. Oh, eine schöne Brandbombe. Brandwee! Wir werden es noch nicht. Und wir leben. Okay, Oka darf aufsteigen. Wollen wir mal die 40 voll? Ja, kommt noch. Auch bei ihm Champion. Er hat dann die Orten alles voll, dann machen wir hier, keine Ahnung. Das. Zweihändig, ne? Komm, da hast du jetzt alles voll. Schön booten. Na. Fuck. Fuck. Da ist... Geld drin. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Platz. Es ist schade, das ganze Zeug hier zerstören zu müssen. 122, wow. Also schade, das ganze Zeug zerstören zu müssen, weil wir brauchen das Geld. Sonst können wir uns dann nicht die ganzen Sachen vor Winn leisten. Die Sachen sind halt eben teuer. Ich möchte mal schauen, was ich hier zerstören kann. Mal speichern. Guten Tag. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Aber selbstverständlich. Also, der hat sich da dran gehen. Nein, 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 nein. Denkst du halt nicht. Du bist erledigt. ich bin erfreut kommt zurück kommt ihr hin leute danke aber selbstverständlich schäle mich jetzt auch nicht überall hin mit noch ein säurer flächchen kurzburg handschuhe der legion plus vier angreif kaste der toten hab ich was vergessen auch erzdemon ok ich habe das wohl vergessen ja 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 nun ja so ok ich kann mich ansprechen ich will die sporten mal lassen äh äh ich bin erfreut den helmen lassen mal da liegen aber selbstverständlich eisfeile immer gerne in ordnung flussspaten sowas haben wir auch nicht so ein Mist geholt jetzt flussspaten lassen wir liegen ach man wenn ihr stürt man kann immer da vorlaufen lassen wir auch liegen flussspat noch mehr noch mehr Viecher kann man zur sicherheit speichern dann weiter geht's meine Freunde hier und jetzt hübsche Figur okay 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 die 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 ein guter Schlag Nein 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 Okay Nein Ich bin erfreut Geh hin ganzen Säure Flächchen Weißt du was, ich muss noch ein bisschen aussortieren So viel Krempel Wofür Aber Ja Ja Wir tun wir schauen, genau Wir sind jetzt so Gift und sowas Ja wow Diese ganzen Gifte benutze ich ja nicht Das machen wir mal weg Das machen wir mal weg Das machen wir mal weg Das machen wir mal wieder ein bisschen Platz Wenigstens Das machen wir mal weg Okay Geist Ja, das ist mir nix Gut Wir kommen ja ganz gut durch eigentlich Gehen wir weiter durch diese Tunnel Okay, das sieht wieder aus wie Als wenn da irgendwas reingebaut ist Wir sollten lieber vorsichtig sein Halt, 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 Halt Okay Oh Oh fuck Oh 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 Wie ihr wünschen Wie ihr wünscht Oh 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 Genauso wird es geschehen Dice Das hat er gehabt Nur zum Schlag Die müssen wir alle mitnehmen Ah, sieh aus wie ein kleiner Bossraum, das weiß er auch bestimmt. Ich speichere auch mal ab Spiel, dankeschön für den Hinweis. Ist das hier, hallo? Frau Sarko-Fahrer, jetzt guck ich weiter, oder? Ich weiß nicht, was ich nicht so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Das war's für heute in der Liga. Oh mein Gott. immer schön anstrengt die Köpfe wie wäre es damit wie ist es unfähig von dir nein nein war das hier in die richtung nein nein hier ja alles da hilft ja auch ja 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 Die man auch mit fertig kommt Feuerpfeile Aber wenn hier unten schon wirklich diese Brotmutter sein sollen Dann nehme ich Ah In Ordnung Die Feuerpfeile Das wird bestimmt kein leichter Kampf dann gegen so eine Brotmutter sein So gut Ja Neuergeschichtung Schön speichern Schande mal Das ist hier Das ist nicht irgendwas anhaltend Bedrohen Kampfforsch Das ist hier Das ist hier Ja Speichern Würde ich sagen. Achso, haben wir einen Raum. Egal, komm, wir machen nochmal. Okay, laut Karte ist das nur ein kleiner Raum. Ich geh nochmal da rein. Ein langen Bogen. Hier eine Rhone. Die ganzen Rizenrohnen sind alle für unsere Magierfreunde von der Akademie. Äh, von der Akademie, ja. Vom Turm der Magier. Sonst ist hier nichts weiter. Irgendein Raum da vorne. Bin ein bisschen skeptisch bei dem Raum. Komm, wir gucken uns den Raum an. Hallo? Okay. Nochmal speichern, ich bin ein bisschen nervös hier unten. Wie ihr wünscht. Oh, okay. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Ja, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Super. Hier kommt bestimmt ein Vieh. Da hinten waren wir vorhin. Zwinglich weiter. Joa. Ist ein bisschen kaputt. Na. Katja. Ja. 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 Aber selbstverständlich. Nein. Gifte und so weiter nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Wir haben genug Zeugs erstmal. Würde ich behaupten. Nächster kleine Ort. Oh. Oh. Das ist schon viel, würde ich sagen. Hm. Sieht sehr einladend aus. Nicht. Komm, lauf mal rein. Fertig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Spiel. Was hast du vor mit mir? Kommt hier irgendeine Sequenz? Weiß es nicht. Guck mal, wir sind hier rein. Da. Haben wir unten die Fischerplast gemacht. Ja. Komm, wir gehen rein. Fertig. Oh. Skelette. Warte. Aua. Danke. Treibung. Oh, ich muss ein guter Tag. Nein. Ich schätze da herlaufen. Nein. Warte. Macht ihr Idioten. ah das ist nicht so ein guter Schlag um 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 gucken uns hier in diesem raum um dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich bin erfreut Wundumschläge nehme ich mal gerne an ah so so ein Leben der Organismen oder sowas aber die zur Rüstung hören sie doch nicht schlecht aus sie würde unseren Kriegern gut stehen ja nix weiter ist das denn Ekelzeug wie ihr wünscht Rüstung der Legion plus drei Willenskraft oh ne für wen denn woher können wir mitnehmen also egal ah Kasse der Toten ok mhm das Geld was Geld nicht nix weiter ok gut nix weiter ist dann würde ich sagen kümmern wir uns dann am nächsten mal um diese Tür ja tschüss das 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 nicht also der ein der die ist